Der 18. November 2022 Ein denkwürdiger Tag für die Stadt Kapfenberg, denn das ECE feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit einer gelungenen Geburtstagsfeier. Leinentaschen und Popcorn am Eingangsbereich sowie musikalische Highlights den ganzen Tag prägten diesen 30. Geburtstag und spiegelte das wieder, was eigentlich das ECE ist und immer schon war. Ein Ort der Begegnung, Marktplatz und Treffpunkt inmitten der Stadt Kapfenberg. Für Inhaber Heribert Kramer ein driftiger Grund zu feiern, oder? Ja, so ist es. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Einerseits, andererseits eine sehr kurze Zeit. Also für mich war es eine sehr kurze Zeit, sind also sehr schnell vergangen. Und dessen, dass wir uns ganz gut entwickelt haben, haben wir gesagt, wollen wir die 30 Jahre ein wenig feiern und möglichst viele Kunden davon profitieren. Und einer der Höhepunkte, oder der Höhepunkt, ist eben die Verlosung jetzt eines Elektroautos, geht zusammen mit der Firma Vogel & Co. in Werte von ca. 30.000, circa, und zusätzlich noch 30 Gutscheine A 100 Euro. Ja, und auch hier Rossäcker wünschen dem ECE Kapfenberg alles Gute zum 30-jährigen Bestehen. Wir werden ein paar Tänze und Schuhplattler heute im Einkaufszentrum hier darbieten und gratulieren dem ECE Kapfenberg zum 30. Geburtstag. Alles Gute! Applaus, Applaus, meine Damen und Herren! Willkommen anspornend, meine Herren! Ich glaube, man kann dem ganzen Team von Heribert Kramer und dem ganzen ECE-Team nur gratulieren für diese 30 Jahre. Der ECE ist aus Kapfenberg nicht wegzudenken und alle, die dazu beigetragen haben, dass der ECE so erfolgreich drei Jahrzehnte hier in Kapfenberg bestehen kann und auch jenen, die den Grundstein für dieses Einkaufszentrum gelegt haben. Denen kann man nur danken und gratulieren. 30 Jahre ECE, was sind so die Erinnerungen, die sich heute ganz besonders bewegen? Es hat viele erfreuliche Dinge gegeben. Ich war sicher, erstens, dass wir gut begonnen haben. Es war die erste Rolltreppe in der Steiermark, zum Beispiel außerhalb von Graz. Das war schon mal sehr sensationell. Dann mit dem ersten Ausbau der erste Hennes und Mauritze in Österreich außerhalb einer Landeshauptstadt. Sieben Jahre später wieder mit dem ersten Elektrofachmarkt, der Obersteiermark mit Kosmos, der leider dann drei Jahre später weg war. Und dann eben, dass man jetzt in diesen 30 Jahren einfach, wir haben circa, das nachgerechnet jetzt so ein bisschen, 67 Millionen Besucher oder Kunden gehabt. Und dass da wirklich das Universum auf uns geschaut hat, dass nie was passiert ist und dass wir eigentlich immer Glück gehabt haben, dass wir das so hingekriegt haben, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass man auch die nächsten 30 Jahre, es scheint von heute aus weit vorne zu sein, aber wie wir jetzt gesehen haben, sind 30 Jahre schnell vergangen. Höhepunkt dieser Geburtstagsfeier war wohl die Verlosung des Fiat 500. Sebastian als Glücksengel hat Anja Benesch aus Katzenberg-Glück gebracht. Das ist ein E500, ist ein Icon, eine mittlere Ausstattung, hat eine Reichweite von, kommt davon immer fort, aber 150 mindestens Kilometer, kostet wirklich tatsächlich im Werte von 30.000 Euro, hat von Klimaanlage, Radio, alles dabei, ein Vollautomatikgetriebe und ist derzeit das beliebteste Auto in der E-Mech-Sektor. 30 Jahre ECE, eine Erfolgsgeschichte. Grund für Heribert Kramer, neue Pläne zu schmieden, um das ECE noch attraktiver zu machen. Und auch vielleicht wäre man auf der Westseite, ist noch ein Ausbau möglich, vielleicht in Richtung Studentenheim oder Wohnen. Also das werden wir jetzt mit der Politik besprechen. Das wäre noch eine Möglichkeit, um eben jetzt noch multifunktionaler zu machen und mit einem Thema, wo noch ein großer Bedarf in Kapfenberg, in der Innenstadt besteht. 30 Jahre ECE Kapfenberg, ein Fest mit bleibender Erinnerung, aber auch gleichzeitig ein Auftrag, die Zukunft lebendig zu gestalten. 340 Leute haben hier ihren Arbeitsplatz, daher auch ein wichtiger Bestandteil der Kapfenberger Wirtschaft. Ein herzliches Hallo an alle Tanzbegeisterten. Wir laden Sie herzlichst ein zu unserer ersten Oldies Night im Euromarkt im Café Eurotreff in Kapfenberg. Am 26. November ab 17 Uhr unterhalten wir die Gruppe Picasso aus Kapfenberg, Jung und Junggebliebene mit Musik aus den 60ern, 70ern und den 80er Jahren. Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen schönen Abend bei toller Livemusik. Advent im Bruck an der Moor vom 24. November bis 23. Dezember. Weihnachtsmarkt am Hauptplatz, Adventstimmung in der Innenstadt. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 14 bis 21 Uhr. Täglich ein neues Livemusikprogramm. Hummelzug, Fotobox, Zauberer und vieles mehr. Ein Advent für die ganze Familie. Informieren Sie sich auf www.waldweihnacht.at Freut euch auf den Athlet im Bruck an der Moor. Größtes Krampus- und Berchtenfest der Steiermark mit DJ Party. Samstag, 10. Dezember 2022 in der Grazer Eckenberger Allee. Ab 14 Uhr geht's los mit Mega-Kinterprogramm. 15.30 Uhr Kinder Krampus und ab 16.30 Uhr Live-Konzert mit Schlagerstar Oliver Heidt. Und ab 18 Uhr XXL Krampuslauf. Prämierung der besten Berchten-Gruppe mit 500 Euro. Limitierter Eintritt, Erwachsene 5 und Kinder 3 Euro. Vorverkaufskarten in allen Ödigett-Filialen. Weitere Infos unter www.media-con.at Eine herzliche Einladung zum Adventkonzert Lichter der Hoffnung gibt es vom Gesangsverein Sankt Marijn. Am Donnerstag, den 8.12. um 18 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Marijn. Mitwirkende sind der Gesangsverein Sankt Marijn unter der Leitung von Josef Eisler und das Harmonika-Ensemble Brattl-Runde-Batz. MEMA TV präsentiert die Starweihnacht am 18. Dezember im Weihnachtsdorf Bruck an der Moor. Mit dem Gesangsverein Sankt Marijn, Marc-André, Bernd Kurek, Sven Gelbert, den Kapfenberger Gospelsingers und vielen mehr. 18. Dezember, Hauptplatz Bruck an der Moor. I remember, remember last year, and I wish you were here. I remember, we're here. See you next time. Untertitelung des ZDF, 2020